Leute, soll das Moonstone oder Liandris werden, ist die Frage. Bitte kein, nicht nochmal Moonstone. Hä, Moonstone hat super funktioniert, also. Aber in meinem Solo-Queue-Game hat es dann nicht mehr so gut funktioniert. Ja, aber die ist low, ich TP für Top Gun. Ich werde die hier facen gehen. Boah, Bart könnte bei dir sein, ne? Ich, ich stay, statt mit Zippo zu gehen. Ja, die ist einfach dead. Okay, Lilia ist hier. Bart ist wieder bot, Bart ist wieder bot. Wie sieht es top aus, Bart? Sehr gut. Weil ich fight hier die Lilia grad wieder im Jungle. Äh, on kann ich Mooben. Äh, oben von hier. Wir sind ungefähr zeitgleich. Ich könnte jetzt die Flash, ja. Das ist nicht optimal, aber ich könnte Mooben. Ja, alles fein für mich so far. Ich glaube, ich gehe die Lilia. Ja. Kein Flash. Starkes Ding. Ja, Johnny, Junge, geil. Jetzt mal hier bisschen Stimmenfarbe reinbringen. Ja, probier's ruhig. Ja, nein, nein. Ich bin hier grad top im Starten, ne? Ja, ganz klar. Jetzt, 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 jetzt. Ja, 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 ja. Butter in das wieder Mist. Bart könnte rum. Get to base. Nice. Ich hab Ult ab, ne? So. Ich kann da helfen, wenn da... Ich hab auch keine Leute. Muss auch. Die droppt low, ne? Die droppt richtig low. Also... Ja, doch, doch, doch. Kann... Können wir da was machen? Ja, ja, ja. Ignite oder so? Ja. Nice. Schön. Good call. Super. Ich bin auf dem Weg jetzt, äh... Lass den nichts machen, lass den nichts machen. Kannst du da ne Ultchen werfen? Ja. Die ist so tiltet. Ja, ich bin jetzt nicht bei dir. Ich bin, ja, ich... Ich pass auf, ich pass auf. Wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg. Äh, ja. Ich komm von hier, ich komm von unten. Hast du Ult, oder hast du? Ja. Wenn die weiter aufgehen... Bart hat keine Ult. Entschuldigung. Ich bin auf On. Wenn ihr dich, dann TP ich. Ich bin fine, ich bin fine. Ne, ne, ist fine, ist fine. Wenn ihr dich chasen, TP ich. Ich bin 6. Was? Ist das Dennis? Der ist tot. Ui. Ja, der hat erarbeitet, ey. Was? Ja, ich Ulti gleich, ich Ulti gleich, ich Ulti gleich. Vier. Drei. Zwei. Wir kommen, let's fucking go. Der ist auch tot. Oh. Ne, ist er nicht. Scheiße. Bori Mitte? Ich kann rollen. Oh, die gehen all in Mitte. Und auf dem Weg? Nein. Nice. Bori, keine Winde zu holen, ja. Ich hab auch noch... Oh, Flasht. Also... Ich hab Flank, ich hab Flank. Oh, ja. Oh mein Gott. Wir kennen ja auch von uns da. Ja, das wär ja... Kann ich den, kann ich den? Kann ich den? Danke. Dennis, du bist wirklich... Hey, das fand ich mag Fordrun, Bro. Ja und? Ich wollte ihn trotzdem haben, hä? Ich glaub ich... Ich hab CP für dich mit Fordrun. Mhm. Schade, Dennis. Ich hab's zu fällig. Ja. Ja, mach, 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 mach. Dann Ulti ich gleich. Let's go, boys. Ich bleib beim Nash. Oh. GG. Nice one. Nice. Well played for. Das war ein schönes Skill. Ich wollte trotzdem mal ganz kurz erwähnen, dass ich die Einzige bin, die Nieder spielen darf, was ich spielen möchte. Und ihr immer das, worauf ihr Bock habt. Das ist eine komplette Lüge. Ich spiel Eivern und ich hasse Eivern. Ich hasse Eivern. Ich hasse Eivern. Ne, Kato ist auch einfach mein Hass-Champ. Aber ich muss den halt spielen. Alter, was seid ihr denn für Menschen? Ich könnte hier direkt ganken. Er will, er will, er will mich. Ja, ich komme, ich komme. Maybe kriege ich den. Ne, ne, ne. Flashdown, Flashdown. Ich TP auch. Das wird ein bisschen awkward hier. Hast du ein Wort? Ja. Ja, ich TP. Er hat eh jetzt wieder ab. Ja, ich kann gleich clean für dich. Ja. Du bist so ein Schatz, ne, ehrlich. Weiß. Ich weiß nicht, ob ich dir hinterherchecken kann. Olaf ist auch da. Olaf ist 6. Care. Ich habe Schild für dich. Ari ist vor mir da. Oh, stark, stark. Get out. Ari ist bot. Ich habe Schilden 2, 1. Alles gut. Ich bin aber auch da. Ich bin da, ich bin da. Ey, auch kein Flash. Auch noch kein Flash. Oh, der Olaf kommt von hier. Ja, ich bin da, ich bin da. Lass dich hin. Ich habe 10 Damage. Der denkt, ich bin ja nie wer oder was. Ja, wir können weiter. Ich habe On noch, ich habe On noch. Hier drauf, hier drauf. Kein Ult, kein Links. Hat der Flash, hat der Flash? Kein Flash, kein Links. Ah, schade. Ja, drei Sekunden Wall. Wir können das teuren. Ja, 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 ja. Weil der hat Ult ab, ne? Ich bin da. Okay. Ja. Ich Wall trenne dich. Ja. Ah. Nice, aber den hast du. Ich habe Eck. Okay, 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 okay. Ach, sorry, Mann. Ich dachte nicht, dass der dich dann auch gehen konnte. Ich wollte ein bisschen baiten vor der Wall. Naja. Ich, äh... Warte, ich kill den noch nicht. Schön, One-lane. Nee, ich hab auf Wall. Mann! Ich bin so... Huckle Dice. Nein! Nein, meine Wehe kam gerade ab. Ich hab gleich Schill für dich. Ich hab gleich Schill für dich. Hubs, you auch, Mann? Ja, sehr gut. Nice, super. Ach, meine Umi, die kam jetzt gerade erst ab. Ja, Dennis hat aber noch seine E-Ready. Er kann das versuchen zu dodgen. Das funktioniert. Ari geht runter. Oh, der Tänzer. Oh, der Tänzer. Dennis hat hier die Hüften geschwungen. Oh, Dennis. Geile Sau. Ah, mein Gott. Die Ari war echt auch bis hier unten. Den meinst du, können wir töten, wenn der kommt? Ja. Ja. Ja, und den hab ich jetzt gedacht. Rakan ist auch Mitte. Na gut. Kurz einen Reality-Check gegeben, guys. Hahaha. Okay, dann ist hier Fliegel 4. Oh, I'm dead, guys. Die kommen hier gerade, die kommen hier gerade. Ja. Erwin, kommst du weg? Ich bete, ich treu' dich, guys. Kommst ihr, ihr habt Zeit? Ich bin fein, glaub ich. Oh, mein. Nice. Komm zu uns, komm zu uns. Wir haben Schild auf, ich hab Schild auf den Ilana. Nein, Rakan ist fast down. Rakan ist fast down. Ich chase mich immer noch. Ari von Nittons. Wer bist du, alter? Ein... Okay. Ich hab ganz. Er geht einfach weiter auf mich. Olaf ist tot, Leute. Ja, jetzt Olaf ist tot, nice. Nice, good job, guys. Nice. Lass Johnny kill, Summer. Nee, nee, nee. Lass mich bitte. Oh, mein Lord. Zum Glück seid ihr da. Oh, die Kamera. Die gehen auf Nautilus. Olaf ist auch noch da. Können wir das fighten? Können wir das fighten? Maybe nicht. Wenn wir, wenn wir fehlen, ist soweit. Ja, ja. Ich überlebe ein bisschen. Okay, Olaf, äh, Olaf hat eine Flash. Ich komme auch von jemandem. Machen paar Cues. Also wir können eventuell turnen. Ja, 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 ja. Schön, schön, schön. No, ho, ho. Terrible guys. Nice. Ich bin gleich da. Ihr Glite ihn, ihr Glite ihn, ihr Glite ihn. Wir haben keinen Ignite. Ich hab gleich Schild für dich. Der Rakhal hat keinen Jump für Mana. 1,5. 1,5. Oh, Gott. Nein. Nein. Boah. Der Rakhal war wenigstens nicht so eindeutig wie das erste Game, ne? Also, wir machen... Ja, wenigstens so. Also, das ist wirklich richtig geil, wir. Ich fand's voll angenehm mit euch zu verlieren, to be honest. Bist du gar nicht gewohnt, ne? Dass wir jetzt nicht uns gegenseitig beleidigen. Ach, was? Nein, nein, nein. Natürlich nicht, aber... Wie... So mehr du gestrickst... Da hast du jetzt selber Schuld. Da hast du jetzt selber Schuld, mein Freund. Der hat da nichts ab, außer Drake, ne? Maybe sneaken die gerade Drake mit Rakhan und Wukong. Nein, nein, nein. Die sind base. Ja, 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 ja. Die ist super low, super low. Ignite. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Nice. Äh, lasst du mir Last Hit, bitte. Er wird flashen, er wird... Ah, ich hätte weggehen sollen. Ah, macht dieser Last Hit Call, der hat uns jetzt gefickt. Ich... Ich... Ich komme, der hat noch keine Uld ab. Ich bin da, können wir... Können wir das turnen? Uri kann von mir drauf sein. Ne, 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 können wir nicht. Also... Ich weiß actually nicht, wo Uri ist. Oh, ne. Was ist das, wie weit der rausgelaufen ist, ne? Gehe hier auch nochmal schnell base, suchen wir nochmal Wards. Okay, für den Drake. Hm. Ich auch. Ich bin Mitte. Oh. Wukong geht auf Jenna hat... Uld. Ne, ich hab keine Uld. Ich hab mir keine Ehre. Ja, nice. Das ist mega work. Das ist mega work. Ja. 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 Wir müssen den Wukong halt sehen. Hier, 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 hier. Hier, hier. Quasi kann man sagen. Engage kommt, Rakan geht rein, McDonalds, aber schöne Uld. W von dem guten Johnny. Aber es reicht dann auch nicht aus, man kommt nicht hinterher. Und das meine ich mit, wenn der Engage nicht perfekt stimmt. Denn am Ende kommt der Re-Engage und es ist einfach nur. Hier geht gar nichts an. Die hier rüber läuft. Uri Uld Nummer 4. 5 Leute. Ich weiß nicht wie viele da drin sind. 5 alle getroffen. Ich kann den halt aufbauen. Oh, die Flanken, die Flanken. Schön. Ja. Ich move. Wo komm, wo komm, wo komm noch? Wir können noch fighten. Nice, nice, nice. Ich hab Ult in 5. Oh, schön. Ja, 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 ja. Ey, ich will hier engagen, ganz schnell. Ja. Alle haben so im Stint ihren 2-Item-Power-Spike. Und das nutzen die jetzt hier vollkommen aus mit dem Tower-Dive. Wir kriegen auf die neue Oppositions. Oh, egal. Wir machen ganz schnell. Der nächste fällt auf. Nice. Wir können finishen unten jetzt. Oh, ich hab jetzt... Einfach einmal, einmal den Tudel angreifen. Äh, rechter Tudel erstmal. Oh. Ja, ne, aber das ist fein. 1-2-1 trainen ist gut hier. Wir können finishen, nice. Nice. Schönes Ding. Ich hab Diori, ich hab Diori oben. Ja. Ja, finisht einfach. Go. End, end, end. Und das ist das Spiel. Geht dich gar nicht sagen. Gewinn das 10-Tunier. Jungen. Nice. Wollte schönes Ding. So. Fuckin' besser. Hammer. Wir machen. Sie sind jetzt mal gut. Ich hab Diori. Tschüss.